Noch nie war ein Kronzeuge gegen die Mafia so entscheidend oder so wichtig wie Buddy Aces Israel. Israel muss sterben. Buddy Israel? Er ist ein drogensüchtiger, abgefuckter, ausrangierter Verräter. Ein totaler Loser. Was willst du damit sagen? Wie hoch ist die Prämie? Eine Million Dollar. Eine Million Dollar Kopfgeld lockt. Fette Fliegen an. Wie sieht euer Plan aus? Vergiss es. Die werden tonnenweise Blei in Israel reinpumpt. Die dürfen nur keinen Erfolg haben. Wann werden wir uns Sorgen machen? Wenn ein Anschlag auf ihn verübt wird, dann nur von absoluten Top-Profis. Ach du Scheiße. Und los. contre nulllos. Einde. Und los. Du hast auf mich geschossen und meine Freunde ermordet. Tja, tut mir leid.